und damit willkommen zurück bei stationiers mit unserem projekt dem gewächshaus was uns noch fehlt ist ja das dach da müssen wir jetzt noch ein paar von den wänden bauen mal schauen wir haben es noch elf kupfer das reicht nicht ganz wir haben aber auch kein kupfer doch 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 moment stopp 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 wir haben noch kupfer legen jetzt mal das kupfer was wir noch haben in unseren fertiger und schauen mal wie viel wir machen können wir wollen weder frames noch diese diese platten wir wollen wände haben 4 eisen ein kupfer wir brauchen neun stück und dann müssen wir mal schauen wie wir das machen mit dem boden haben wir vielleicht noch heißen frames ich muss es mal kurz nachgucken wenn wir noch irgendwo frames haben moment eine gelbe kiste wenn der zweite gelbe kiste genau die war aber glaube ich leer wenn mich nicht alles täuscht die wir nicht leer aber das ist trotzdem nicht das drin was wir suchen dann müssen wir jetzt mal schauen wenn es hier gleich die wände fertig sind dass wir noch da machen wir aber vielleicht mal wieder gleich einen stahlrahmen dann noch hin dass wir hier drüben dann die steuerung hinbauen können auf der linken seite geht es ja schon da haben wir schon ausreichend möglichkeiten jetzt gehen wir erst mal schnell hoch wir wollen aber nicht die wände bauen wir wollen die fenster bauen da muss ich das eine jetzt gleich wieder abreißen das passiert mir irgendwie jedes mal das passiert mir tatsächlich jedes mal wand weg und stattdessen fenster hin was kein strom mehr das ist geht aber nicht müssen wir wieder aufladen eine batterie haben wir noch übrig fenster 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 müsste alles zu sein soweit dann machen wir jetzt noch das glas rein und sobald das glas drin ist ist zumindestens mal das gewächshaus und der struktur her fertig soweit sollte das erstmal passen ob jetzt dann hier vorne rechts und links dann noch fenster hin machen ja wir können es mal da lassen da können wir ein bisschen auf die steuerung gucken ansonsten müssen wir jetzt ja den ofen abbauen dann müssen wir uns dann was neues suchen wo wir den hin bauen können weil der stört ja hier an der stelle leider leider stört ein kleines bisschen vielleicht setzen wir einfach dann hier drüben händen die wand je nachdem weil ich meine viel platz ist jetzt hier halt nicht also das ist schon das ist schon ein bisschen beschränkt der drucker muss auch weg also wir brauchen ohnehin noch ein bisschen platz hier um das zu erweitern dann machen wir jetzt einfach mal schnell stahl rahmen wie viel machen wir denn da also 23 vielleicht können wir dann mal machen ich weiß mal das kopf noch hier mit rein dass das nicht verloren geht bei den stromkabeln na die werden wir wahrscheinlich bisschen umlegen können und müssen jetzt bauen wir erstmal schnell die schleusen ein machen wir das erstmal so rum und dann nein andersrum drehen so rum noch das zweite so das langt uns jetzt erstmal an stahl rahmen dann einer hier drunter hier drüben noch welche hin jetzt brauchen wir nur noch stahlplatten machen wir auch noch welche schnell davon den kann man gleich wieder ein paar mehr machen machen wir erstmal hier die luftschleuse auf und wenn wir jetzt die stahlplatten haben schweißen wir einmal hier unten den boden zu und dann brauchen wir auch schon wieder wir schweißen erst hier draußen alles zu weil wir brauchen nämlich auch neue logic kits diese io kits und memory etc pp für die ganze steuerung und dafür müssen wir erstmal diesen elektronischen drucker den 3d drucker da wieder aufbauen weil sonst geht das nicht dann hinlegen habe ich jetzt vergessen das schweißgerät auszumachen das ist doof so elektro drucker vielleicht können wir den irgendwie wenn wir den so leicht versetzt hinbauen sollte das ja eigentlich kein problem sein genau da ist nämlich hier die ausgabe und die eingabe sind versetzt zueinander dann haben wir zumindest schon mal nicht das problem dass das was aus dem elektro drucker rauskommt aus diesem 3d drucker direkt in den fertiger rein fällt ja wir machen das mal ein bisschen hübscher wir gehen hier einfach direkt um die kurve rum und dann direkt nach dahinten wo die restlichen kabel sind müssen wir jetzt nur hier einmal kurz den fertiger abklemmen und die viererkreuzung einbauen so was uns jetzt noch fehlt sind die materialien die kabel noch weg stahl wir brauchen auf jeden fall eisen bei eisen brauchen wir gar nicht kopf von gold brauchen wir für die produktion von unseren logic io kits wir brauchen wer die multiplayer folge gesehen hat da haben wir die schleuse ja auch schon zusammen aufgebaut da haben wir so gemacht dass quasi gemessen wird wie viel ähm oder welcher anteil an an gasen in der schleuse dann ist und entsprechend werden dann die tore freigeschaltet oder halt gesperrt heißt wir brauchen einmal ähm einen logic reader der das gas gemisch ausliest eine compare einheit und ähm also die quasi dann vergleicht das habe ich ausgelesen dann ein memory kit zum um den wert einzustellen wie das wie das sein soll und dann noch ähm und dann noch ähm einen einen writer der quasi die die tore wieder beschreibt das ist das ist jetzt der plan jetzt brauchen wir nur noch die entsprechenden bauteile dafür logic io brauchen wir also ähm zwei mal lesen weil wir zwei unterschiedliche gasen messen wollen einmal die x gase dass kein schmutz rein kommt und einmal sauerstoff dass kein sauerstoff raus geht aus der station das heißt einmal auslesen jetzt noch das zweite mal auslesen dann noch zweimal schreiben auch wieder deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz weg und hole mir hier noch den aktiven lüfter und haben wir den a wir brauchen noch einen neuen sensor weil diesen gas sensor den wir ja eigentlich am anfang mit haben den haben wir jetzt verwendet um die solarsteuerung zu bauen der fehlt uns also noch dort haben wir hier erst mal unsere logic io kits legt jetzt mal hier drinnen ab das heißt wir brauchen jetzt den atmos print dann brauche ich jetzt erstmal noch zwei mal die die memories dass wir die bauteile haben und in dem atmos print in diesem atmosphären drucker oder rohrbieger wir glaube ich auf deutsch heißt da können wir dann ein neues sensor kit herstellen mit dem wir dann oder dass wir dann als als gas sensor verwenden können in der schleuse um eben diese gase auszulesen dann zweimal memory und jetzt fehlt noch zweimal der logic processor da geht es auch langsam das gold schon zur neige was ganz haben wir noch gold übrig 12 gold ja gut es ist es nicht die welt wir müssen dann ohnehin erst mal wieder wenn wir da keins mehr haben den ofen neu aufbauen den teil hier hinten hätte ich dann auch als zugang für zur normalen schleuse gedacht aber wir bauen jetzt erst mal ein bisschen unsere unsere nahrungsmittel versorgen auf das hat jetzt erst mal die höhere priorität jetzt suchen wir uns diesen atmos print doch nicht ich hab gelogen das können wir sogar in dem elektronischen drucker machen ich weiß grad gar nicht wo ich mit meinen gedanken war hier ist es das wollen wir und den atmos print den kriegen wir dann auch irgendwo da hydraulic pipe bände also der hydraulische rohrbieger das ist das was ich wollte war gerade ein bisschen meinen gedanken woanders um das jetzt aufbauen zu können brauchen wir bei oben noch einmal einen rahmen den wir aber nicht mehr haben iron frames und schieds na gut dann machen wir das damit es geht nur darum dass wir oben erstmal ein bisschen was festbauen können so schweißgerät noch in die hand dann wegpacken dann schmeißen wir das einmal wieder hinein und jetzt können wir nämlich auch den sensor dann oben sollten wir den sensor oben festmachen können warum können wir es nicht baue einmal die deck ab weil eigentlich ist ja hier oben jetzt was dran jetzt geht es auch wo ich weiß nicht warum es jetzt eben nicht erkannt hat auf jeden fall geht es jetzt das ist die hauptsache dann bauen wir das mal hier drüben hin und nebendran bauen wir noch diesen aktiven lüfter das ist eigentlich egal wo wir mit dem hingehen wir brauchen nur dann ein rohr indem wir dann das gas lagern können beziehungsweise indem wir mit durch dass wir das gas dann durchleiten können jetzt brauchen wir noch müssen erstmal hier drüben jetzt auf dem boden den aufbau zusammensetzen also quasi von den logic kids her wir wollten auslesen müssen wir mal schauen dass wir das irgendwie einigermaßen vernünftig zusammen bekommen auslesen dann einmal vergleichen das können wir dann können wir von außen den strom noch ein bisschen zuführen der vergleich und dann kommt wieder dazu das schreiben und dann müssten wir eigentlich recht gut wieder zurück in die schleuse kommen probieren wir das ganze mal aus wir brauchen eine 3er kreuzung und hier brauchen wir eine 3er kreuzung 4er kreuzung nein das brauchen wir nicht wir brauchen eine junction dann noch einmal die kurve zurück zum stromanschluss ich will jetzt versuchen da mal alles miteinander zu verbinden dass wir da wirklich an alles rankommen hier oben brauchen wir jetzt nochmal den strom great gehen wir da durch beim logic reader da können wir dann mal nach oben gehen weil wir wollen ja hoch an den gas sensor kommen der ist hier und dafür müssen wir das kabel nach oben ziehen zu diesem gas sensor hin müssen wir mal schauen dann machen wir da die kurve rollen wobei das reicht uns gar nicht wir brauchen nämlich hier nicht nur ich mache hier unten die kurve nochmal raus wenn ich rankomme wir müssen ja nicht nur auslesen wir müssen ja auch schreiben das heißt wir brauchen jetzt dann hier wieder eine junction diese t kreuzung und dann brauchen wir hier diese dreifache kurve so zum einen lesen wir dann von dem gas sensor aus auf den logic reader und zum anderen schreiben wir dann darüber zurück auf den aktiven lüfter und jetzt bauen wir hier noch eine kurve rein für unseren gas sensor dann haben wir jetzt zumindest das hier schon mal angeschlossen und dann machen wir dasselbe hier nochmal also so ein strang geht quasi nochmal rüber auf die andere seite hinter diese wand um da dann dasselbe nochmal einstellen zu können und was wir auch noch brauchen ist dann eine filteranlage um das ganze auch entsprechend dann filtern zu können weil es bringt uns ja nichts wenn wir das alles schön eingestellt haben und die luft absaugen aber nichts gefiltert wird und wir deswegen das ganze system nicht verwenden können wir gehen jetzt wieder rüber in den anderen teil und bauen das ganze hier auch nochmal auf gehen wir auch mal wieder ein bisschen in die ecke mit dem memory kit und versuchen das mal so ähnlich aufzubauen wie drüben auch so logic io das heißt wir machen den logic reader machen wir hier rein das geht so aber nicht weil wir da ja vielleicht bauen wir die einfach mal schnell hier um weil wir hier den strom brauchen aber fast ein kleiner denkfehler weil wir können nämlich hier dann könnten wir probleme kriegen mit dem kabel das muss ich das gerade mal ausprobieren weil wir nämlich hier genau hier sind wir zu nah an der schleuse dran das geht zwar nicht ganz bis runter aber irgendwie dürfen wir da trotzdem nichts bauen dann strukturieren wir das hier einfach ein kleines bisschen anders wir brauchen den logic reader hier der geht so rum richtig rum dann machen wir hier mal dann memory kit hin den logic writer machen wir andersrum und da bringen wir jetzt irgendwie noch unseren logic compare unter das habe ich hier drüben aber auch glaube ich einfach ein bisschen falsch gebaut weil auch hier brauchen wir logic compare wie wir es tatsächlich jetzt gerade bauen ist es eigentlich völlig egal aber ich lasse es mal auf den logic writer zeigen so wie es die ganze zeit gemacht haben jetzt müssen wir noch einmal hier die verkabelung machen da brauchen wir auch wieder wir machen das hier über eine vierfach kreuzung wieder und zwar mit einer kurve und auch hier einer kurve und hier wieder einem einer vierfach kreuzung dass wir an alles rankommen und das schließen wir dann einfach drüben direkt noch mit an dann brauchen wir dann brauchen wir aber auch hier noch eine vierfach kreuzung oder wobei es reicht ne wir brauchen eine vierfach kreuzung wir müssen ja steuern wir brauchen einmal strom und einmal datenkabel dann brauchen wir hier drüben noch machen wir hier die vierfach kreuzung rein weil wir sonst hier nicht mehr schön da rankommen fließen das ganze dann einmal hier gerade an dreifach kreuzung hier einer geraden da oder wir machen es einfach eins zwei machen wir hier auch noch eine dreier kreuzung rein so dann ist zumindestens jetzt mal alles miteinander verbunden jetzt fehlen uns nur noch ein paar kabel um jetzt hier den rest noch anschließen zu können ja da müssen wir jetzt einfach nochmal an den elektro drucker hier können wir nämlich auch unsere kabel bauen ähm kabel wir müssen uns jetzt einfach hier noch schnell ein paar herstellen dass wir den rest von dem anschluss noch machen können wir müssen natürlich ein bisschen sputen dass es nicht so ewig dauert weil wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen und vor allen dingen haben wir auch hunger und müssen irgendwann mal was essen dafür müssen wir aber auch erstmal eine ganze weile uns dann weizen anbauen lasst es jetzt mal weiter laufen weil wir ohnehin ja noch ein bisschen mehr brauchen lasst es raus hier mal schnell noch eine kurve ein weil wir da ähm nur noch diesen ausgang haben so bau einfach ein bisschen mehr von den von diesen vierfach kreuzungen ein ich denke mal dass das vielleicht ein bisschen besser dann einfach ist dass wir wirklich alles miteinander verbunden haben das ist auf engem raum ist es immer fast ein bisschen besser wenn wir diese vierfach kreuzungen hatten wirklich alles miteinander verbindet weil dann kann man auf jeden fall auf der sicheren seite sein dass auch alles wirklich abgedeckt ist wenn man jetzt ein bisschen mehr platz zur verfügung hat dann ist das natürlich eine andere sache dann kann man auch schöner bauen so 42 stück das reicht jetzt erstmal wieder und wir müssen irgendwo mal noch rein gehen für den strom theoretisch könnten wir jetzt an einer stelle einfach rein gehen weil wir dadurch dass sie alle verbunden sind aber vielleicht sollte dann irgendwo noch so ein power controller zwischen rein schalten einfach einfach um jetzt die schleuse vom rest der station dann abzutrennen muss ich nur grad mal gucken wir machen jetzt immer kurz die gerätschaften aus weil viel strom haben wir nicht und es dauert noch eine weile wie man an dem solarpanel sieht bis die sonne wieder aufgeht wir haben eigentlich hier überall strom gelegt und auch alles miteinander verbunden trotzdem haben wir keinen strom in der station es geht hier rüber es geht hier durch und es geht hier hinein und warum nicht weil wir brauchen hier noch eine vierer kreuzung das ist nicht schlimm dass wir keinen strom mehr haben dann machen wir hier die dreier kreuzung rein und jetzt haben wir strom weil nämlich der strom der hier reingegangen ist wurde nicht richtig verteilt an alle von den geräten dann können wir jetzt mal hergehen dann können wir jetzt mal hergehen den logic reader anschalten und schon mal einstellen und zwar als input nehmen wir unseren gas sensor mit der variable wir machen hier rechts machen wir pollutant also ratio pollutant das heißt wir gucken wie viel schmutz drinnen ist das ganze muss man mal 100 nehmen also quasi 1 sind 100 prozent das heißt jetzt aktuell werden wir bei also wenn es jetzt 0,6 wären wenn es 60 prozent bei 0,06 wären es 6 prozent und jetzt sind wir halt bei 0,6 prozent logic compare es wird immer 1 mit 2 verglichen also nehmen wir hier unseren logic reader logic reader größer logic memory und logic memory steht auf 0 dann logic reader größer logic memory ist 0 aber wieso bist du 0 du solltest 1 sein weil das hier ist ja größer als 0 wir machen jetzt einfach erstmal weiter nehmen als input dann den logic compare ich benenne die auch gleich noch um weil das ist ja sonst haben wir da dann doch ein bisschen Probleme mit ähm mit den airlogs und der ganzen Steuerung ich hole jetzt mal den Labeler weil wenn ich airlog und airlog auswähle ich weiß ja nicht was für ein airlog ich auswähle das heißt da muss ich dann schon ein bisschen nachgucken so dann benennen wir das ganze jetzt einfach mal geschwind um in airlog innen airlog außen und dann machen wir mal memory x lesen x weil wir damit ja den die pollutant werte auslesen wollen dann vergleich x und schreiben x so gut gas sensor können wir gas sensor lassen also gas sensor ratio pollutant kann natürlich sein dass das was jetzt hier gemessen wird zu niedrig ist oder wir sollten das einfach mal mal 100 noch nehmen das wäre noch nur das wäre noch so eine idee dass wir da das ein bisschen genauer haben aber ich meine von von den experten her scheint es ja so erstmal ausreichend zu sein so dann machen wir dann machen wir vergleich o2 das ist dann schreiben o2 weil wir damit ja die schleusen wieder beschreiben wollen lesen o2 und memory o2 ausschalten jetzt müssen wir es wieder einstellen das heißt wir lesen den gas sensor aus und diesmal ratio oxygen wir jetzt schon bei einem prozent 1,4 prozent wir sind bei 10 prozent oder nein moment jetzt bin ich verwirrt sorry da gucke ich jetzt einmal kurz nach und der saft ist aus muss ich mich mal hintasten der anzug hat lange genug angekündigt ignoriert habe ich es trotzdem dann muss nur die kleine batterie hier aber da können wir es wieder laden die sonne geht auch gleich auf weil sonst ist nämlich diese diese batterie in diesem power controller dann auch gleich leer so um jetzt nochmal auf nummer sicher zu gehen wir nehmen den atmos analyzer wir packen wir packen ich habe das tablet angelassen da können wir natürlich nix finden dann weil wir jetzt kein strom mehr haben denke mal dass die batterie vielleicht noch zu schwach ist aber wir probieren es einfach mal aus atmos analyzer so 1% O2 genau und x aber auch 1% das heißt eigentlich müsste ja dann jetzt da hier drüben die steuerung auf 1 springen ah ja ok keine weiteren fragen warum auch immer das jetzt plötzlich auf 1 steht das weiß ich jetzt nicht warum das jetzt die ganze Zeit auf 0 gestanden hat aber hauptsache es funktioniert nur was wir jetzt noch brauchen ist nämlich er log innen und zwar log ähm genau log aber eigentlich das hängt anscheinend ein bisschen weil der ausgang der geht zu den air logs und ähm er müsste jetzt eigentlich er schreibt jetzt den state 0 also er liest quasi auf vergleich o2 sie genau das ist nicht das problem ich habe es nämlich anders benannt und jetzt sind wir schon da wir brauchen nämlich den vergleich x jetzt ist es auf 1 und jetzt ist es gesperrt da lag nämlich jetzt der hund begraben ich hatte das falsche modul eingestellt deswegen ist es ja so wichtig dass man die benennt weil wenn die gleich heißen findet man gegebenenfalls das falsche aber ja so ist das leider ähm dann stellen wir jetzt noch schnell hier unseren sauerstoff ein also wir lesen quasi über den gas sensor lesen wir oxygen aus dann wollten wir oxygen lesen o2 ist größer als memory o2 ähm und da wollen wir aber nicht den wert haben sondern wir gehen hier mal auf 4% ungefähr und also dass wir quasi jetzt nicht diesen standard bed haben weil wenn wir dann die schleuse aufmachen und von der restlichen mars atmosphäre drüben das rein könnten wir die außenschleuse ja nie schließen das ist nämlich dann genau das problem und jetzt haben wir uns einen vergleich eingestellt wir nehmen wieder unseren vergleich durch sauerstoff output airlock außen und lockern das ganze jetzt auch wieder auf 0 und hier sind wir jetzt auch wieder auf 0 weil nicht lesen o2 ist wichtig sondern ähm ähm lesen x größer als memory x so jetzt ist wieder alles richtig eingestellt dadurch ist jetzt quasi die innere schleuse blockiert das muss ich dann später noch einmal äh zurücksetzen dass ich die schleuse schließen kann weil so kann ich jetzt ja hier äh in der schleuse keine keine Luft abpumpen weil jetzt alles offen ist und dann müssen wir jetzt äh noch genau ein bisschen fein tunen wie wir diesen diesen memory wert dann einstellen weil am anfang ist es natürlich klar da haben wir noch nicht genug sauerstoff das kommt dann erst durch die pflanzen oder durch die anreicherung über die über die filteranlage aber die bauen wir dann das nächste mal auf deswegen bleibt dran und schau das nächste mal wieder rein wenn es heißt stationiers und schleuse für das gewächshaus bis dahin und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal